hallo hier ist der martin von meine mankees dass die daxanalyse für freitag den 27.01.2023 und so langsam kann man sich das gar nicht mehr mit angucken hier ist auch unser kleiner bär hat hier nicht viel freude daran ich denke das gibt ziemlich vielen so seitwärts ist eigentlich immer so die phase wo alle möglichen leute stöhnen und ich würde nicht sagen weinen aber das ist das ist klassische marktbewegung wo es viele mal richtig ans gemüt geht also wo vielen die ganze zeit auf den schlips getreten wird ein stopp nach dem anderen rausgetreten wird überlegen sich die leute jetzt gerade so januar doch ganz typisch leute nehmen sich endlich mal vor dieses jahr trade ich mal richtig mit stop loss dieses jahr mache ich mal einmal richtig ordentlich dann kommt der januar macht so eine geschiebe und gemähe zur seite alle sind nur genervt und frustriert es gibt natürlich auch welche die können gut im seitwärts handeln den legen dann eher die trends nicht also das kann ist ganz ganz typisch dass der markt hier einfach die leute so ein bisschen ein bisschen mürbemacht ja und dann kommt im februar eine bewegung die das hat man ja die letzten jahre immer mal wieder gesehen die alle aus den ankern raus zieht und dann ist gar keiner auf die trendbewegung vorbereitet weil alle total apathisch noch in diesem geschache und gestacher sind was man vorher hatte da muss man gut aufpassen dass man dann auch ein cut macht im februar und sich wieder auf ein bisschen trendbewegung einstellen kann wir haben gestern gesagt dass der dax so jetzt unten einen fehlausbruch hatte deswegen wahrscheinlich probiert oben auszubrechen dass es aber auch eine luftnummer werden kann insbesondere wenn er zwischen 15 1 80 15 22 rote stundenkerzen schlägt haben wir gestern gesagt dann kann er gut und gerne wieder runter in uns haben gesagt 15 40 15 25 das ist nicht ganz geworden aber hier wurde stundenkerzen 15 81 die hatte direkt vom start weggezogen und jetzt eigentlich genau wieder den gleichen tag gemacht wie die letzten tage also wieder dieses runter bis mittag stabilisieren und wieder hoch die ganzen letzten tage jetzt das gleiche pattern also ich denke zum freitag darf er dann auch wirklich mal was anderes probieren es lege jetzt hier nahe dass es oben raus probiert man muss aber sagen es ist eine gewisse verkeilung erkennbar das ist sogar eine bärische verkeilung eigentlich ich bin da immer deutlich vorsichtig wir haben das auch schon erzählt hier mit der flacke dass man da vorsichtig sein muss unser dax kann bärische muster auf so hohem niveau und wir sind auf hohem niveau auch einfach oftmals vergewaltigen hinten raus auflösen und dann beschleunigt er oben raus und da hat es keiner gesehen und dann machen wir wieder in zwei stunden so eine bewegung von 300 400 punkte und bevor alle realisiert haben was eigentlich passiert ist dann schon wieder seitwärts angesagt und er schlägt dann da oben einfach am nächsten ziel was er erreicht hat einfach wieder zur seite und alle sind genervt und frustriert weil sie die bewegung dann verpennt haben oder verpasst haben oder vielleicht sogar short drin saßen wenn er denn oben raus gesprungen ist und dann geht es oben wieder in zeit werden also ich würde hier einfach den pfeil sowie was haben drin lassen ich kann mir gut vorstellen wenn er oben mal raus schlüpft wenn er denn mal aus schlüpft dass er wieder die 270 280 erreicht dann aber auch immer auch 350 sollte er das nächste hoch was er setzt im bereich um vielleicht jetzt 200 22 auch noch wieder abverkaufen und dann auch unter 15 70 fallen ist wieder die 15 25 dran fällt die 15 25 mal nach unten um dann geht es zur 14 49 geht er da drunter kann er dann auch im bereich um 700 erst 6 30 dann hier einlaufen aber muss halt anfangen die ihre tiefere tiefs richtig auszubilden daher hat die einmal eins gemacht das hat nicht gezündet das war aber auch der erste richtige versuch nachdem wir hier schon eine schöne einleitung hatten also potenzial wäre schon da da mal was noch draus zu machen aber muss es halt auch tun immer dieses bis mittag runter und dann wieder hochdrehen das funktioniert so halt nicht also dass das ist denke ich klar okay haben wir sonst irgendwas was wir hier besprechen können wie bin aus am sonntag 10 bis 12 noch gar nicht gesagt auch noch nicht im chat geschrieben schreibe ich auch gleich noch mal in chat ja das ist man muss durch im zweifel nichts traden machen lassen den dax warten bis er wie wieder ein besser die hand läuft na also man hört es von ganz ganz vielen dass sie ganz schön zu tun haben ganz schön kämpfen ganz schön schnieben und schnaufen das ganz normal dass das gehört dazu ja die marktphasen wechseln sich ab wie für andere die schlüpfer wechseln ja also manchmal mehr manchmal weniger aber fakt ist wir können es nicht aussuchen wir können uns nur unterordnen dem markt es macht auch keinen sinn jetzt hier trendset ups zu traden wenn man merkt es greift nicht und es ist nur seitwärts da ist wirklich die devise zurückziehen kopf klein machen warten bis es vorbei sondern wieder in der phase wo man sich wohlfühlt in der bewegungsphase die einem liegt dann die punkte holen und bis dahin das depot schon die brötchen wie sagt man nicht die brötchen trocken halten das pulver trocken halten das pulver trocken halten genau damit man eben dann auch in der lage ist die richtigen punkte rauszuholen und die guten gewinne wenn die bewegung dann wieder schmeckt also das ist für mich scheint wirklich ist jetzt da jeden tag da und denken alter falter das muss doch nicht sein ja das ist jetzt nicht so was wo ich hier glücklich strahlend am ende raus gehen und mir sagen geiler handelstag geil das war richtig geil das ist für mich eher so auch alter jetzt was willst du dafür eine analyse für einsprechen hat mir fast zu schade für die arbeit die ich damit verbunden überhaupt mache wenn es nach sowas geht also schon schon hier hatte schon nach der ersten januar woche hätte ich am liebsten dann das ist für mich nix das ist so sehr das ist die schiebe und gedingte dass da gucke ich mir anders lasse ich laufen versuchte aber auch nicht haus und hof zu verlieren damit man dann eben wieder wenn schöne bewegung kommt es gibt ja auch schöne range das finde ich ein hässlich es gibt auch schöne menschen die machen spaß das ist ich mag das nicht hier aber ist auch eine endliche geschichte haben also insbesondere durch die verkeilung denke ich dürfte mir hier als bald auch mal die auflösung gehen sicherlich auch im februar dann das kann durchaus ein impuls sein ich würde mit euch dann aber die trendlinie hier mal ziehen wollen noch ganz kurz dann sind wir eigentlich schon fertig also eigentlich sind wir auch fertig sie bild euch durch die trendlinie ich ziehe mit euch die trendlinie wenn die trendlinie denn mal kommt damit man hier im blick hat dass hier noch mal ein aufsetzer kommen kann für die verkeilung ja kann durchaus passieren oder er bricht jetzt gleich zum freitag oben aus rennt oben lang raus ja also aber ich setze mal kurz mit rein die liegt bei 15.010 etwa ja dass man das ein bisschen mit im blick hat ich mache hier zu wünsche euch mal schönes wochenende gutes gelingt denkt an seminar sind jetzt nur noch knapp vier wochen plätze sind wirklich überschaubar noch was jetzt über ist ich habe noch ein paar leute da würde ich gerne abwarten ob die jetzt verbindlich noch zu sagen oder nicht dann können wir auch mal gucken wie viele plätze überhaupt noch da sind aber ich würde mal so schätzen 56 sind schon nur noch also wird langsam eng wer noch kommen möchte bescheid geben kurz melden am besten per e mail und dann auch bis zum schluss dranbleiben und verbindlich zusagen nur wer von mir geschrieben kriegt hiermit bestätigt ihr deine dein platz beim seminar der ist dann auch wirklich dabei kriegt eine rechnung kann bezahlen alle anderen die von mir bloß bekommen haben die details und die noch nicht verbindlich zugesagt haben die habe ich dann auch nicht mit einer planung drin ja das heißt da dann in der letzten woche erst zu kommen vorher und zu sagen ach ich konnte es mir jetzt doch noch ein richten wird wie jedes jahr vermutlich nicht klappen also ich wünsche euch schönes wocheinde und dann hören wir uns montag wieder auf oder am sonntag für die analyse zum montag bis dahin tschüss